Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast. Ihr erinnert euch noch? Ähm... Okay. Schon ein Hals auf Kamera? Gut. Okay, erstmal richtig Position bringen. Also ich glaube, wir müssen hier durch. Sieht schon mal lecker aus. Ich mag die Geräusche nicht. Dummerweise weiß ich nicht, wie man sich vor einem Geist versteckt. Okay, ich muss irgendwas hier machen. Mir gefällt die Musik nicht. Musik wäre nicht so dramatisch. Diese dramatische Musik. Die moderne Prometheus. Frankenstein und der moderne Prometheus von Marley. Mary Shelley. S... 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 Ich muss das manuell ab... Ich bin mir sicher, wenn ich das jetzt tue, kommt einer namens Wallrider und sagt Hallo, ich bin hier, um mich aufzuhalten. Wir sind ja, ich ist wusste. Was ist das? 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 Oh nein, der wartet jetzt bestimmt schon auf mich. Und ich freu mich schon mal gar nicht. Das dumme ist, der muss mir entgegenkommen. Nein. Hier geht es auf jeden Fall besser, wenn du hier weg bist. Nein, nein, sie muss weg sein, au. Die Kango, sie muss alles sehen, was hier passiert. Au. Also auf jeden Fall Fußball zu spielen, das tut wirklich weh. Nein, nein. Au, 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 au ... Otsch Okay, also, Lage bricht? Hope ist tot, Billy ist tot, der Wallrider, der Schwarm, was es auch immer ist, ist mit ihm verschwunden. Egal ob ich entkommen bin oder hier, ich sterbe, ich bin frei. Okay, Lage bricht, wir haben Billy besiegt, der Wallrider scheint, also der Wallrider scheint nicht weg zu sein, so wie er es behauptet, er scheint eher sich in mich versteckt zu haben. Okay, und wir haben einen großen Schmerz in unseren Beinen, ich verstehe ich. Okay, so, und irgendetwas sagt mir, ich muss da lang, irgendwas, vielleicht ist ja das Licht, aber irgendwas sagt mir, dass ich, oh. Kann ich springen? Nein. Dann muss ich nochmal nicht lang. Ich nehme jetzt alles zum Schluss auf. Ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Zurück zum Arzt. Da, ich höre ihn mal noch. Ich höre immer noch den Wallrider. Und ich höre Steven. Er ist also doch noch da. Ganz anders als die Notiz, die wir uns selbst geschrieben haben. Er ist noch da. Bestimmt wechseln es gleich, ein neuer Finger. Warte, was hat er gesagt? Das Symbol wartet vor... Vor der Nanotechnologie. Nanogenetik, keine Ahnung. Ich habe es vergessen, ganz genau, was er gesagt hat. Es war Hauptsache mit Nano verbunden. Freiheit. Komm schon. Der Wallrider... Nein. Sei stark. Der Wallrider kriegte ich noch nicht. Da hinten ist die Freiheit. Oder leg dich hin. Gönn dir eine Pause. Nein, du musst nicht stark sein. Gönn dir eine Pause. Ich habe nichts getan. Warum? Gott im Himmel. Du bist ein Hör. Ich habe Beine und Wirbelsäulen gehört. Mit uns im Kribbel immer rufen, während das drassiert ist. Red Bells. Und damit wären wir fertig mit Outlast. Doch. Ich glaube nicht, dass wir endgültig wendlich sind. Ich glaube nicht, dass wir endgültig wendlich sind. Und danach kommt noch Outlast 2, das bis jetzt nur eine Demo ist. Heißt, irgendwas passiert dann noch. Mein Fegen, ich lasse einfach euer Glückes laufen. Also bis gleich. Könnt ihr selbst lesen. Ich lasse einfach mal auf. Je lasse einfach mal auf. Untertitelung des ZDF, 2020